moin moin leute und willkommen zu einem neuen video alter falter jo ich habe die ehre für die firma bluetti eine powerstation zu testen leute guckt euch mal diesen klopper an paket wiegt eine halbe tonne unten gelogen ich würde sagen wir packen das teil jetzt erstmal aus gucken was drin ist und dann erzähle ich euch ein bisschen was dazu meine fresse ist das warm heute ein brief netzteil wahrscheinlich irgendwelche kabels und da ist schon das baby alter ist das ein koffer die paketzusteller tun mir echt leid das ding wiegt echt ein paar kilo da ist das teil leute ja um was handelt es hier um eine mega fette powerstation leute das ding ist ein halbes kraftwerk ich wurde freundlicherweise von der firma bluetti angeschrieben ob ich nicht für sie diese powerstation testen will dachte erst so naja ich habe ja schon eine powerstation und ich mache ungern werbung für irgendeinen blödsinn keine ahnung ich gebe da so ein paar anfragen wo ich mir denke ja leute was soll ich damit aber dieses teil hier leute ist echt der knaller wir haben hier 2000 watt ihr seht schon an der größe das ding hat richtig kapazität alter und da ich sowieso dann für meine doka auf der suche bin nach strom im bus habe ich mir gedacht warum nicht leute das ding ist der wahnsinn also jetzt schon ich habe es noch nicht getestet aber das machen wir auf jeden fall in diesem video auf herz und nieren dafür habe ich mir schon ein bisschen was ausgedacht alter ist das warm wir werden das ding nämlich auf herz und nieren testen ich werde da alles ran stöpsel was ich habe wir ein bisschen übertreiben heute weil wir wollen das ding wirklich richtig testen nicht einfach mal ein handy ran stecken gucken ob das lädt ne leute heute wird hier richtig ramba zamba hier macht ja dafür würde ich sagen laden wir das ding im bus ich lade noch ein paar andere utensilien ein fahren ein stück raus und dann wird das ding mal richtig herangenommen ich bin gespannt was es kann ist das überhaupt schon vorgeladen ich weiß gar nicht ich hoffe es ist schon geladen on off leuchten tut schon mal alter das ist doch die kraftwerk was hier hoch fährt ja doch 70 prozent wird wohl reichen ne genau wir laden das ding ein und dann geht es auch schon los zu einem ruhigen spot und dann testen wir das ding mal so klamotten sind eingepackt es kann losgehen meine frau denkt und ich bin total bekloppt leute ab in den urlaub so ich glaube wir suchen uns mal lieber ein schattiges plätzchen was echt eine bullenhitze heute ich habe wieder den besten tag raus gesucht für sowas und ich habe das solarpanel gar nicht mit also das habe ich abgebaut normalerweise ist ja hier oben auf dem bus drauf aber das testen wir nachher auf jeden fall auch noch also einmal das solarpanel daran hängen und gucken wie das ding dann auflegt aber erst dann muss ich mir ein schattiges plätzchen suchen man ist das zugewachsen hier mittlerweile aber wir sind ja hier hoch wie bus gar kein problem hier kann man ja gar nicht stehen ja gut stehen wir halt hier im hohen gras ich hoffe hier kommen keine pokémons ja würde ich sagen bauen wir uns mal ein bisschen was auf und dann machen wir uns hier mal ganz entspannt ok der fernseher ist ein bisschen groß gewählt passt aber fichtzeug hier bremsen aua ich habe mich gebissen bremsen wie sau hier habe ich mir einen geilen spot raus gesucht scheiße auf jeden fall kühlbox ist am start ganz ganz wichtig die werden wir auch gleich mal als erstes einstecken weil was gibt es schlimmeres wenn die getränke warm werden zwölf volt zack oh leute ich kriege gleich sofort allergie hier auf der wiese so auf jeden fall machen wir das ding gleich mal an und schauen was passiert dafür muss man ja studiert haben was ist denn das alles auf jeden fall 70 prozent haben wir drinnen homepage bin ich hier online oder was settings deutsch ist schon mal gut deutsch haben wir alles klar startseite einstellungen 50 hz 60 hz dc eingangsquelle tastenton aus nö kann anbleiben zurück daten fehlermeldung haben wir keine das schon mal gut daten produktinfo bla akku wartung wechselrichter laderegler info fehlerprotokoll ah ja ich würde sagen ich stecke einfach mal was ein und guck was hier passiert alter guckt euch mal diese viecher an ich glaube ich habe mir den beschissensten spot hier rausgesucht nein aber egal das ziehen wir jetzt durch hier so machen wir mal dc an dc last an an und was macht er er haut ein paar watzen raus hier 13 14 21 und die kühlbox springt an man hört sie 29 31 watt gut die muss jetzt auf jeden fall erstmal runter kühlen was haben wir dabei ihr seht schon ein paar kühle getränke ein bisschen was zu naschen hier aber dazu können wir später leute wieso habe ich mir nicht so ein wieso bin ich auf so eine wiese gefahren erstmal fenster zu machen hier dann sperren wir uns hier erstmal ein wird zwar ein bisschen warm aber ich habe ja was gegen warm leute ihr werdet es gleich sehen ich bin ja vorbereitet machen erstmal alle türen zu hier weil hier wirst du echt aufgefressen ich muss mir jetzt erstmal irgendwie retten hier das fängt ja echt schon wieder gut an mit diesem ganzen fischzeug hier schuhe aus so und ihr fragt euch bestimmt was will er denn mit einem fernseher hier will er hier fernseh gucken so ähnlich ja aber als allererstes oh leute ich schwitze als allererstes werde ich mal was dagegen tun dass ich nicht mehr schwitze denn ich habe ja mit gedacht ich brauche erstmal einen ventilator stecken wir den erst mal ein geht nicht warum geht er nicht ac ein ich bin ein genie stufe 2 ist das gut so jetzt lässt sich das auch aushalten hier können wir gleich mal einen check machen wie viel hauen wir denn hier aktuell raus 41 watt aktueller verbrauch also sprich wir haben jetzt die kühlbox drange die muss natürlich jetzt erstmal richtig runter kühlen weil die ist ja noch nicht kühl die hat aktuell 16 watt die kühlt jetzt natürlich runter bis auf 3 watt glaube ich ist sie eingestellt und wir haben schon mal den ventilator auf volle pulle laufen hier doch das ist natürlich noch nicht alles ich hab noch ein bisschen watt mit wir werden als erstes mal den fernseher einstecken was ich damit vorhabe leute ich muss mir ja irgendwie die langeweile hier vertreiben kennt ja bestimmt jeder von euch man ist gerade so schön am campen und auf einmal kriegt man bock zu zocken so was haben wir also erstmal eine entspannte runde mario kart so muss das sein so das ist für später bisschen blende das ich muss mir noch einen vorhang machen so ist doch nice machen wir kurz den ventilator aus ich hoffe wegen den windgeräuschen ich weiß nicht wie das auf der kamera ist aber auf jeden fall werde ich jetzt erstmal schön eine runde mario kart zocken natürlich auf 200 kubik oh neues kart doch ein bisschen warm hier ich brauche doch ein bisschen mehr wind warte 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 es war noch nicht ganz kalt aber mich dürstelt es ein bisschen dürst du dürst du ach leck mich doch nein absolute null leute ich muss mir ein anderes ein anderes fahrzeug nehmen wer fährt er mit einem motorrad bei mario kart das geht echt nicht das lenkt sich doch gleich viel besser nein geil leute also das war auf jeden fall richtig fun ich habe hier echt meine ruhe mir geht keiner auf den sack kann hier in ruhe zocken habe kühle getränke ich habe sogar einen ventilator wir gucken mal kurz was er aktuell hier raus haut also wir haben fernseher switch dran kühlbox und ventilator wir haben einmal 45 watt ausgang und einmal 87 watt aktuell das ist ja voll entspannt da können wir ja gleich mal noch unser handy laden ich weiß gar nicht ob mein handy das kann aber hier oben sind solche wie nennt sich das induktion keine ahnung wo man wohl sein handy drauflegen kann und dann lädt das ich glaube das kann mein handy gar nicht muss man das einstellen ha geht doch ich bin auch ein idiot also es funktioniert leute guck das handy liegt drauf wir sind am laden das ist ja voll entspannt leute das ist voll entspannt hätte man jetzt natürlich noch solar auf dem dach habe ich ja normalerweise mein solarpanel könnte ich das jetzt noch einstecken gut dafür müsste man vielleicht in die sonne fahren dann könnte man nebenbei die box auch noch wieder laden das wäre ja der idealfall dann guckt euch mal diese viecher an jetzt habe ich hier die ganzen viecher im auto ich hätte mir noch so einen insektenkiller mitnehmen sollen aber irgendwie leute kriege ich jetzt hunger irgendwie habe ich gerade hunger gut dass ich einen sandwich maker mit habe mit einem zu kurzen kabel so ich würde sagen wir machen uns jetzt mal noch ein schönes sandwich hier also wir machen uns hier mal so ein bisschen Backpapier rein damit wir den sandwich maker nicht so einsauen super tipp oder mhm dadada 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 hehehe was sagt der verbrauch 47 watt und 88 watt hä entweder ist die kühlbox jetzt komplett runter gekühlt dass die sich abgeschalten hat ventilator läuft fernseher ist noch an switch läuft noch der sandwich maker läuft auch hat ordentlich hitze aber wir sind immer noch bei 45 watt und 89 watt dann ist das wohl so ne dann hätte ich ja viel mehr mitnehmen können dann noch naja erstmal gibt's sandwich hier oh irgendwie hab ich alter geht mir doch nicht alle auf den brenner hier komm 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 ey was soll ich denn mit diesen mistmünzen immer oh ne ne blaue oh ihr komm 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 so was macht mein sandwich das sieht auch schon gut aus das kann wieder weg jetzt hab ich kein teller mit so lässt sich auf jeden fall leben hier leute was haltet ihr von meinem setup wir stehen hier mitten in der wildnis wollte ich grad sagen wir stehen hier mitten auf der wiese und wir haben alles da was wir brauchen ey ist das geil ganz ehrlich das ist das ist der wahnsinn irgendwie hätte ich jetzt noch so lag könnte ich das ding auch noch wieder aufladen so geil an der stelle auf jeden fall danke an bluetti alter dass ihr mir das ermöglicht dass ihr mir diese box hier quasi sponsort ich damit ein video machen darf ich die weiterhin nutzen darf für meine nächsten reisen mit der doka dann wahrscheinlich also die box ist dann für die t3 doka gedacht vielleicht haben wir da ja auch einen kleinen fernseher rein und so einfach für wenn wir mal länger weg sind ich meine das ist natürlich jetzt total übertrieben was ich jetzt hier habe aber das musste jetzt einfach mal sein ich wollte es ausprobieren wie das funktioniert ich hätte viel mehr sache mitnehmen können mir ist bloß nichts mehr eingefällt was man noch hätte mitnehmen sollen vielleicht auch eine mikrowelle oder so oder ein herd keine ahnung aber das hätte wahrscheinlich auch funktioniert wir haben hier gar nicht so viel verbrauch klar haben wir jetzt 63 watt wir haben schon ein bisschen was rausgeballert aber das größte natürlich mit dem ding weil das haut richtig ich glaube über 600 watt oder so zieht das teil aber das benutzt man ja wirklich nur kurzzeitig die kühlbox läuft die ganze zeit natürlich auch nur minimal mit ein paar watt wenn die erstmal runtergekühlt ist ein fernseher verbraucht eigentlich auch nicht so viel sag ich mal dann der ventilator handy laden switch läuft krass einfach nur krass was das ding kann dann würde ich gerne mal noch das solar panel ran klatschen klatschen hängen also das was ich normalerweise hier auf dem bus habe das ist ein 100 watt panel ich will mal gucken ob die wirklich die 100 watt hier reingehen man kann natürlich viel mehr solar panels ran klatschen es gibt so kabel adapter wo man mehrere solar panel nebeneinander quasi legen kann und zusammen schließen kann weil hier in die box geht richtig saft auch rein über solar da kann man wirklich vier fünf sechs paneele anschließen und dann haut der hier auch wirklich paar hundert watt rein aber das wie gesagt testen wir gleich noch ich packe jetzt erstmal hier zusammen wir spielen noch ein zwei level und dann fahren wir erstmal wieder zurück ich genieße das hier noch ein bisschen mein sandwich muss ich noch essen bierchen ausdrängen und dann laden wir die box auch wieder ein bisschen über sonne auf haben wir heute genug so ich habe jetzt erstmal alles wieder zusammen gepackt ach zockerhülle ich werde dich vermissen guckt euch das mal an das ist eine qual hier raus mit euch so wir sind wieder zu hause ich habe schon mal das solar panel her geholt normalerweise habe ich das solar panel wie gesagt auf dem bus drauf vor zwei wochen war es sogar noch drauf da waren wir auf dem bully festival da haben wir auch unsere kleinere power station mit geladen mit dem solar panel ich habe es jetzt aus dem einfachen grund runter genommen weil wir das solar panel auch nutzen wenn wir nicht mit dem bus unterwegs sind ja der eine oder andere hat es mitgekriegt alles wird teurer gas wird teurer strom wird teurer und wir versuchen einfach auch beim strom ein bisschen zu sparen deswegen holen wir uns ein bisschen strom über die sonne quasi und laden über die power station alles was akkus hat sei es handys die switch staubsauger läuft bei uns über akku laden wir darüber mein laptop benutze ich nur über die power station und aus diesem grund finde ich dass solche boxen eine ganz geile alternative sind um einfach selber ein bisschen strom zu produzieren ich meine klar muss man da erstmal investieren in die box in die solarpaneele und so aber früher oder später macht sich das dann auf jeden fall bezahlt weil strom wird nicht mehr günstiger glaube ich nicht dran ja leute ich würde sagen wir schließen jetzt einfach mal das solarpanel an die box an ich bin gespannt wie viel hier reingeht das panel kann 100 watt ich hoffe die gehen auch hier rein die sonne steht gerade sehr gut und knallt auf jeden fall ordentlich ich hole jetzt bloß das kabel so kabel sind natürlich mitgeliefert eins muss hier in den input steht auch groß und deutlich dran hier auf jeden fall das endet dann so und an diesem ende haben wir dann noch ein zweites kabel was extra für solarpaneele ist ja und die beiden kommen dann ans solarpanel panel wie auch immer ihr wisst was ich meine und zack so haben wir gesagt da so das geht aber auf jeden fall fix man sieht schon anzeige steigt auf jeden fall 72 watt aktuell gehen rein ja geil das funktioniert auf jeden fall auf anhieb ich brauche nichts einstellen oder so einfach nur anstöpseln und schon lädt die box wieder krasse sache irgendwie kann man hier auch das display einstellen dass es länger an bleibt ach ist ja auch egal muss man sich mit befassen ich will auch nicht zu sehr ins technische rein gehen ich habe da auch gar nicht so viel ahnung von ich weiß nur dass es eine 2000er watt box ist wir können noch mal ganz kurz die anschlüsse zeigen wir haben hier 12 volt anschlüsse auch 12 volt aber irgendwie ein anderer stecker das sind dann wahrscheinlich diese blauen stecker hier auch nochmal zwei 12 volt stecker die ich nicht kenne das haben wir hier usb c stecker also wie die handys zum beispiel haben und auch andere geräte also relativ alle neuen geräte zweimal usb dann steht ja hier auch dran man kann wenn man lesen kann und usb a nochmal zweimal und vier haushaltsübliche 230 volt steckdosen dann wie gesagt hier oben diese beiden induktionsdinger hier für handys oder ja keine ahnung was noch induktion kann hier hinten haben wir nichts großartiges außer das typenschild hier haben wir noch einen lüfter drin und auf der seite input anschlüsse einmal wie gesagt solar hier ist auch nochmal ein lüfter und hier sind irgendwie wie ich gesehen wieso bin ich denn so dreckig anschlüsse für man kann nämlich diese box auch nochmal erweitern also es gibt richtige erweiterungskits erweiterungsakkus die man da noch mit ran bauen kann um einfach nochmal ich glaube 2000 watt nochmal oder 3000 watt irgendwie so könnt ihr gerne mal auf die seite schauen bei bluetti ich verlinke das ganze auch nochmal in der video beschreibung wenn ihr an sowas interessiert seid irgendwie irgendwann mal autark über die runden zu hören keine ahnung vielleicht bricht irgendwann mal die apokalypse aus hier und wir müssen uns alle irgendwo im keller verschanzen oder so dann bin ich auf jeden fall einen schritt anderen voraus denke ich muss natürlich die sonne scheinen also ich habe nochmal nachgelesen 2200 watt reiner sinus wechselrichter spitzenbelastung maximal 4800 watt leute und bis zu 900 watt kannst du mit solar zum beispiel eintrichtern also wenn man jetzt wirklich mehrere solarpaneele hat kann man die nebeneinander legen lass es 100-150 watt paneele sein keine ahnung die kann man alle zusammen stöpseln und dann an die box und dann nimmt der bis zu 900 watt auf das ist ordentlich auf jeden fall ja ich würde sagen ich lasse das jetzt einfach ein bisschen laden hier warum nicht die sonne ist gerade da und da würde ich auch schon sagen leute vielen dank dass ihr dabei wart bei dem video ich hoffe euch hat es gefallen euch hat es ein bisschen spaß gemacht wir haben eine kleine aber feine zockerhöhle gebaut im freien autark zocken nenne ich es jetzt einfach mal krass dass sowas heutzutage funktioniert ich finde es krass gut leute macht es gut haut rein bis zum nächsten video ich räume noch ein bisschen auf und lad noch ein bisschen die box